Leute, es wird mal wieder Zeit für einen schönen gepflegten Kinoabend mit mir, einem Co-Host und vielen von euch Zuschauern. Kurz um die nächste Social Movie Night steht ins Haus. Genauer gesagt, am 15. September hier in Berlin heißt es ich und dieses Mal einmal mehr die Co-Hosts, die wunderbaren Steve und Rick von den Space Vlogs und Space Radio. Ich liebe deren Kanäle. Wir werden euch zusammen zu einem schönen Kinoabend einladen. Euch heißt ganze 600 Leute, genauer gesagt 300 mal 2 Tickets können gewonnen werden. Damit jeder von euch natürlich eine Begleitung mitbringen kann und ihr könnt quasi 150 mal 2 Tickets hier bei mir und 150 mal 2 Tickets über die Space Vlogs gewinnen. Aber dieses Mal nicht mit Mail schreiben und so. Inzwischen gibt es ein tolles knackiges Formular, das ihr euch in der Infobox klicken könnt. Den macht ihr einfach auf, dann seht ihr einen Link da drin. Da könnt ihr euch einfach anmelden mit Name, Alter, Wohnort und reinschreiben, warum ihr gerne bei dem Abend dabei sein wollt. Und das ist dieses Mal ganz, ganz einfach. Zeit dafür habt ihr bis zum 9. September und dann heißt es natürlich einmal mehr einen schönen Abend am 15. September zu verleben. Dieses Mal zu Dracula Untold. Ganze zweieinhalb Wochen vor deutschem Kinostart werden wir uns den Film gemeinsam ansehen. Das heißt natürlich, Popcorn und Getränke sind umsonst. Es gibt coole Goodies und Giveaways, ein bisschen was auf der Bühne zu sehen. Und der Hammer ist Hauptdarsteller Luke Evans wird dabei sein. Genauso wie Hauptdarstellerin Sarah Gerdon. Und das ist eine ganz, ganz große Besonderheit, wenn Stars mal nicht einfach nur zu Premieren kommen. Nein, wenn sie für die Fans richtig auf der Bühne da sind. Da machen wir natürlich ein kleines Q&A. Und wenn ihr besondere Fragen habt, könnt ihr euch schon überlegen, was ihr gerne die Stars des Films fragen wollt. Wichtig ist für euch noch zu wissen natürlich, dass wir den Film zur Abwechslung mal in O-Ton schauen werden. Das heißt in der Originalfassung auf Englisch. Das ist nun manchmal der Fall, wenn man Filme so früh vorab sehen kann, dass die deutsche Synchro noch gar nicht fertig ist. Und dann werden wir ein großes Abenteuer rund um Dracula und die Geschichte dahinter in einem 100 Millionen US-Dollar budgetierten Film von Universal Pictures erleben können. Und ich freue mich einmal mehr auf einen richtig schönen Abend, freue mich auf Rick und Steve von den Spacebrooks. Und natürlich wird sich wahrscheinlich wie auch sonst immer noch der ein oder andere YouTuber zu dem Event verlaufen. Und der Sinn der Sache soll immer sein, einen schönen Abend zu verleben, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt. Normalerweise führt der Patrice als Moderator auch durch den Abend. Dieses Mal wird es zur Abwechslung Daniele Rizzo sein. Den kennt viele von euch natürlich hier auf YouTube auch als einen der ganz, ganz wunderbaren Interviewer, der Interviews mit Stars und Sternchen, die etwas anderen Art führt. Er wird an diesem Abend moderieren. Ist ja auch so ein bisschen der Meister der Verkleidung. Und da könnt ihr gerne auch über das Formular, wenn ihr in diesem Gewinnspiel teilnehmt, reinschreiben, wie ihr euch denn verkleinen würdet, wenn ihr in Dracula-Manier erscheinen müsstet. Das würde uns natürlich als Background einfach noch interessieren und vielleicht auch noch die ein oder andere Inspiration zu bekommen, wie wir dieses Mal Kinosaal und Co. dekorieren können. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll auf den 15.9. Schreibt fleißig in das Kontaktformular bis zum 9.9. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Das Wichtigste ist, schöner Abend, der für euch komplett umsonst ist. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auf den Film, weil ich habe nach den Trailern immer so das Gefühl, der könnte echt ein bisschen tiefer gehen und trotzdem eine geile Optik an den Tag legen. Für alle, die noch überhaupt nicht wissen, was es mit Dracula Untold auf sich hat, hänge ich euch natürlich noch den Trailer hier ran. Und ja, das ist es und das bleibt es. Jetzt fleißig mitmachen. Wir sehen uns am 15.9. Ich freue mich auf einen schönen Kinoabend. Macht's gut. Und dann bis bald. Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf einen Mann deiner Stärke. Was für ein Mann betritt sein eigenes Grab auf der Suche nach Hoffnung? Ein Verzweifelter. Die Türken drohen, mein Reich zu zerstören. Sie sind schon ganz nah. Mit deinen Kräften könnte ich mein Volk retten und meine Familie. Deine Rettung liegt in der Dunkelheit und all ihrer Macht. Du wirst stark sein wie 100 Männer. Und über die Nacht und all ihre Kreaturen herrschen. Zu welchem Preis? Du weißt gar nichts. Aber ich werde es dir zeigen. Trink. Was geschieht mit dir? Ich habe es gewählt. Aber wieso? Weil sich Männer nicht vor Schwertern fürchten. Er kommt. Sie fürchten Monster. Ich erkenne dich nicht wieder. Nennt ihr das Leben? Nur weil ihr kämpfen könnt? Ihr lebt, weil ich entschieden habe, euch zu retten. Vergiss nie, wer ich bin.